Sie hat ja mitbekommen quasi auch, dass es mir nicht gut geht und da habe ich mit ihr schon gesprochen, dass eben diese ganze Corona-Krise und nicht so wie viele Menschen da jetzt darunter leiden und das, sondern dass auch wir einfach aufgrund dessen schauen müssen, dass wir das finanziell hinbekommen und dass ich dann nicht weiß quasi, wie ich das machen soll und sie ist dann kommen, mehr damit ist, wenn ich möchte, dann würde sie mir ihre 125 Euro aus ihrer Sparkasse geben, weil sie im Moment eh kein Spielzeug braucht, sie hat ja eh alles. Sie ist acht Jahre alt und sie hat in dem Moment umgeschwankt und hat sich auf einmal um die Mama gekümmert und das muss ich sagen, also zeigt echt wirklich Stärke und Hilfsbereitschaft, also bin ich auch heute noch wahnsinnig stolz auf meine Tochter. Natürlich hat sie es mitbekommen, weil ich war eigentlich die ersten zwei Wochen nur am Telefonieren, ja, Telefonieren und sie wird mich das ein oder andere Mal sicherlich auch beim Weinen erwischt haben. Ich musste meine Firma schließen und der Moment, wenn dann einfach dieser Überziehungsrahmen einmal ausgeschöpft ist und du könntest dann nicht einmal mehr zehn Euro abheben, dass du zumindest ein Milchbrot oder irgendwas zum Essen, war eigentlich, ja, will man gar nicht drüber nachdenken, ja, weil solche Gedanken kommen natürlich in dem Moment, weil irgendwann geht das Geld aus, irgendwann ist keins mehr da. Ich versuche es immer alleine hinzukriegen, oft warte ich dann vielleicht bis zum Schluss, wobei ich kriege es dann meistens nicht, aber jetzt war so ein Moment, wo du gesagt hast, du kannst nicht warten, bis kein Geld mehr vorhanden ist, du musst schon vorher agieren, weil du nicht weißt, wie lange das Ganze quasi geht. Irgendwo dachte ich, okay, gut, du musst jetzt trotzdem weiterschauen, irgendwo muss eine Unterstützung geben, da kam dann quasi eben die Caritas. Zuerst war eben noch überlegt gehabt, weil natürlich mit Caritas habe ich noch nie was zum Tun gehabt, aber mir war klar, gerade die Caritas sind die, wenn sie um Privatmieten und das geht, dass die eigentlich Leute sehr stark unterstützen. Das, was ich befürchtet habe, dieses Schlimmste quasi, was da auf mich zukommt, ja, und auf meine Tochter, dass das nicht gekommen ist, weil einfach so viele hinter uns gestanden sind. Wenn wir da alle ein bisschen drüber nachdenken und alle füreinander da sind und der Weg zum Nachbarn ist in einem Effekt nicht weit, also und wenn wir da alle zusammenhalten, ja, das, finde ich, ist eben das Wichtigste, der Zusammenhalt und ja, diesen Egoismus quasi einfach einmal weg und füreinander da sein. Deine Nekomente Assemble Assemble A Untertitelung des ZDF, 2020